Wir, die Firma Buchtberger, waren dabei bei der Karriere-Tour, weil wir es einfach für sinnvoll erachten, den Schülern vorher schon mal zu zeigen, welche Berufe es überhaupt gibt und einfach mal einen Einblick zu verschaffen, was wir denn alles so leisten können. Die Firma Rottler & Rüdiger hat von der Karriere-Tour gehört und wir waren sofort begeistert. Damit die Kinder einfach unsere Firma kennenlernen und sehen, wie schön sie eigentlich ist. Wir haben als Firma, die kein direktes Endkundengeschäft hat, einfach immer das Problem, dass man unseren Namen so im Ausbildungsbereich nicht so richtig auf dem Schirm hat und deswegen waren wir Feuer und Flamme, als es hieß, ladet die Kinder zu uns ein, lasst die hier mal rumlaufen, sich die Firma anschauen, uns kennenlernen und bei sowas sind wir immer dabei und ich kann es auch nur jedem empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.